So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge MaxoutMonday. Ich bestimme wieder einen Titel Pokémon, was ich maxen möchte und dann gibt es wieder 5 Vorschläge aus der Community. Wenn ich genügend XL habe und ein 100%iges Pokémon von euren Vorschlägen, werde ich dieses maxen. Wir sind ja mittlerweile drauf und dran Familien zu maxen. Ich glaube die Kando-Region ist immer noch nicht voll. In der letzten Folge hatte ich ein Rigi-Eis gemax, weil ich endlich nach 180 Lucky Trades das 100er bekommen habe. Die XL waren voll, momentan bin ich auf Capuriki-Suche, versuche immer Capuriki zu traden, bis das als 100er da ist, weil da auch die XL voll sind. Danach wird es wahrscheinlich mit Capotoro weitergehen, aber der ist ja momentan auch immer noch in den Raids, kriegt nochmal eine Raid-Mania, also eine Raid-Stunde. Und da kann noch einiges passieren. Ich weiß nicht warum, mir ist irgendwie hängen geblieben, dass ich Krypto-Slimer letztens rumgezerrt habe in 100 und gesagt habe, das müsst ihr vorschlagen. Es wurde schon Slimer vorgeschlagen, wir mussten schnell Slime-Mock machen, dass wir erstmal die Endentwicklung haben. Und wer jetzt schlau ist, schlägt Slimer vor, dass diese Familie auch abgeschlossen ist. Und um euch vorzugreifen, habe ich glaube ich schon angekündigt, dass ich diese Woche Slimer maxen möchte als Titel-Pokémon, aber nicht ein normales, sondern ein Krypto. Wir haben jetzt also Slimer auf Level 50 mit 3.117, wir haben das Alola, das sieht auch sehr schön aus, auch mit 3.117. Wir hätten ein normales und noch eins mit Senfbart, was halt einfach viel kleiner ist, hat aber nichts mit XS, XL, irgendwas zu tun, sondern die sind halt kleiner. Aber wir haben auch dieses Krypto 100% Slimer und das finde ich immer genial, deswegen wollen wir das auch maxen. Eigentlich müsste man das entwickeln, aber dann fehlt wieder Slimer und wir haben dann nur Slime-Mock. Ach, was weiß ich, egal. Wir machen jetzt einfach mal hier einen Power-Up und gucken wie hoch das kommt. 1244 WP kriegt das dazu, 1553 hat das jetzt hier. Wir müssen noch den Tag dran machen für Level 50, wir müssen nochmal die Bewertung kurz auch zeigen. Das ist ein 100% Krypto-Slimer auf Level 50 mit 1553. Aber ich denke mal, irgendwann wird das vielleicht doch auch auf... Entwickelt, meine ich, entwickelt. Naja, so, oder was würdet ihr machen? Wenn ihr ein 100er Krypto-Pokémon habt, entwickelt ihr das durch, damit ihr eben die Endstufe habt oder lasst ihr das so, wie es ist, damit dann noch alles möglich ist. Sieht ihr Attacken, sonst was hin und her, das sind die Leute ja, das ist ja, das ist ja unendlich geht das ja. Jetzt gehen wir auf die Folge vom letzten Mal, gehen wir auf neueste, gehen bis runter und fangen mit dem ersten an. Und dann sehen wir schon wieder Jochen. Jochen hat hier geschrieben Sandan. Sandan ist Sandan, Sandan. Wir haben Sandama auf 50, beide Versionen. Sandan an sich haben wir nicht. Sandan können wir machen, machen hier ein Power-Up, einfach bei dem normalen, damit das auch endlich fertig ist auf 1426. Müsste man da auch das Alola-Sandan mäxen? Ich weiß es nicht. Könnte man ja jetzt sagen, ach, ich schlage nochmal Sandan vor, damit er das Alola auch noch mäxst. 1426 hier auf jeden Fall, das heißt, den Rest von Jochen können wir überfliegen. Gucken zu Genaya. Hä? Ist heute Dienstag? Ramse setzt Verwirrung ein. Es ist sehr effektiv auf Jänner. Dann kommt Jochen. Dann Jochen. Dann Jochen. Marc, jetzt sag doch mal was. Der Jochen, der muss weg. Der macht zu viel kaputt. Dunkler Krieger Muschers. Und ich habe einen Hundo-Krypto-Ausstoß Muschers. Das war auch so ein Ding. Die ganze Zeit wurde immer Austausch gefragt. Ich gebe jetzt einfach mal Austausch auch ein. Mach mal Austausch, mach mal Austausch. Austausch ging nicht, da ich die XL nicht hatte. Beim letzten Mal, letzte Folge war, glaube ich, das Highlight. Wir konnten endlich einen Austausch maxen. Und dann habe ich gesagt, wir haben zwar einen Austausch jetzt gemaxt, aber jetzt könnten die Leute natürlich noch Muschers vorschlagen. Und was ist? Es wird Muschers vorgeschlagen. Ist auch ein fettes Großes dabei? Ne, die sind alle theoretisch gleich groß. Wir nehmen also einfach das, was hier die meisten WP hat. Da müssen wir nicht so viel pushen. Kommt auf 1221 WP. 218 gab es dazu. Machen auch hier wieder den Level 50 Tag dran. Also auch Muschers Austausch. Diese Familie ist voll. War der zweite Vorschlag von DunklerKrieger6406. Drei sind noch übrig. Shenaya sagt Wommel. Gehen wir mal auf Wommel. So, dann haben wir beim letzten Mal nämlich Bundlebee gemaxt. Das war ja auch neu. Und wie soll es anders sein? Soll auch ein Wommel hinterher gemaxt werden. Das ist natürlich schlau, ja. 1004. Denn gerade Pokémon, die neu ins Spiel kommen, die habe ich noch nicht gemaxt. Die würde ich ja auch nicht maxen, ohne dass ihr das seht. Also gerade wenn ein Event ist, lasst ein Käfer-Event sein. Dann wird neues Käfer-Pokémon eingeführt. Ihr wisst, die Woche drauf ist Maxout Monday. Dann schlagt dieses Käfer-Pokémon vor. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr damit einen Treffer landet, ist sehr hoch. Als wenn ihr irgendwas Altes raussucht und dann seht, voller Schreck, das ist schon gemaxt. Deswegen haben sie es hier richtig gemacht. Letztens einen Punkt geholt. Wegen Wommel in Entwicklung. Jetzt nochmal Punkt mit dem gleichen Wommel. Fertig. Also Wommel auch hier gemaxt. Sieht immer noch sehr genial aus. Hier sind kleine Füßchen, die da rumhängen. Wommel. Müsste der dritte gewesen sein. Das heißt, zwei Vorschläge haben wir noch offen. Da ist Balou und sagt Fruyal. Fruyal kann ich, glaube ich, gar nicht eingeben. Na gut, es ist ja schlau, weil wir die Entwicklungen auch drin haben. Wir haben noch nicht entwickelt. Ich habe ein Lucky Frubal, was ich noch nicht entwickelt habe. Weil da gibt es ja den Pokédex-Eintrag. Ich habe auch normal Frubal nicht entwickelt. Was ich gesehen habe, dass Frubal wohl nur weiblich verfügbar ist. Also das hat kein männliches Geschlecht. Dann werden wir, damit Balou auch bespaßt wird, das jetzt einfach maxen. Aber in einem anderen Video werde ich das dann durchentwickeln für die Pokédex-Einträge. Das aber im Laufe der Woche. Jetzt erstmal hier drücken. Und wir pushen das Ganze auf 532 WP. Wie es aussieht, wenn es entwickelt ist, als gemäxtes Level 50er. Das erfahrt ihr in einem anderen Video. Das habe ich mir nämlich extra aufgehoben, diese Entwicklungen hier zu machen. Frubal, Level 50, 100%, 532. Einer steht noch aus. Grüße an Balou. Genaya sagt Vadribje. Aber hat ja mit Wommel schon einen Punkt gemacht. Also gehen wir zu Laura Maischko-Vo-Uk. Bitte Bonita. Ja, Bonita haben wir das Galoppa auf. Da können wir mal den Namen wieder ändern. Galoppa. So, Galoppa. Bonita würde gehen. Die zwei sind in der Scala-Version. Keine Ahnung. Wüssten ja auch. Ich glaube, wenn Bonita direkt vorgeschlagen wird, würden wir einfach direkt Bonita machen. Und dann sind wir mit denen nämlich auch durch. Und haben wenigstens eine Familie davon voll. Bonita. Sie wollte Bonita. Sie hat Bonita bekommen. 1919. Bonita. Fertig. Machen wir noch den Level 50 Tag dran. Ihr seht eigentlich jeder, der was abgegeben hat, hat einen Punkt gehabt. Wir mussten gar nicht ewig lang suchen. Also perfekt. So muss es ungefähr laufen. Insgesamt hat sich, glaube ich, jetzt nicht viel geändert an der Verteilung. Wenn wir nach den WP gucken, was die besten, höchsten Pokémon sind. Immer noch Letterking natürlich auf Platz 1 mit 5.010. Und dann habt ihr hier den Rest. Absteigend. Manche mit Namen, manche ohne Namen, manche mit Jochen, manche mit Horst. Grüße gehen trotzdem noch raus an Ich-Ich, an Dom-Dom-Domme, an Benjamin Engel, an NS, an Poga Handa, ab ins Tierheim, Samuel Brokopp. Ihr seht, so viele waren auch gar nicht mehr übrig. Wenn ihr jetzt nicht dran wart, egal, dann schreibt euren Vorschlag unter dieses Video. Oder wenn ihr dran wart und noch andere Ideen habt, schreibt euren Vorschlag unter dieses Video. Dann sehen wir uns nächsten Montag wahrscheinlich wieder bei Maxout Monday. Könnt ihr auch mal reinschreiben, was habt ihr zuletzt gemaxed. Und dann bis heute Abend bei Chill mit Ramses. Für morgen habe ich vielleicht auch was Interessantes in petto, was wir machen können, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Was aber zur aktuellen Lage passt, da möchte ich euch aber erst ein bisschen überraschen. Vielleicht kündige ich es heute Abend bei Chill mit Ramses an, was wir am Dienstag machen können. Die ganze Zeit gab es ja am Dienstag keinen Stream und Donnerstag auch nicht. Die Tage habe ich dann immer genutzt, um in der Wohnung noch was zu machen. Jetzt muss ich nochmal nach Hibu, um 12 habe ich einen Termin, dann die Wohnung, den Rest noch sauber machen und dann bin ich, glaube ich, fertig mit der Wohnung und dann haben wir auch mal wieder mehr Zeit für andere Dinge. So, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.